Yo, moin YouTube. Heute wollte ich einmal die Sitzbank tauschen, weil hier da ist so ein Loch Da ist hier einmal schon mal Wasser reingelaufen und deswegen wollte ich die Sitzbank jetzt tauschen gegen diese hier, fasst mal eine Sitzbank und wie man das macht das zeige ich euch jetzt. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. So jetzt bin ich fertig, na und ja, sieht doch schon ein bisschen besser aus für mich. Ist auch glaube ich hier so ein bisschen weicher. Ich mach mal die Sitzprobe. Ja, doch so relativ, also ein bisschen härter als diese hier. Weil die ist hier doch ein bisschen reicher. Und diese hier ist ein bisschen härter. Sieht aber wiederum ganz gut aus. Hm, na ja, ich lass das erstmal so. Und ja, da mal schauen. Vielleicht bekomme ich das hier noch in die Beklebte oder so. Aber na ja, mal schauen. Jo, dann war es das mit diesem Video. Und jo, Grüße gehen nochmal raus an alle Abonnenten, die mich abonniert haben. Und ja, genau. Sonntag kommt auch nochmal ein Video. Denk ich mal. Dann kommt hier endlich dann die erste Testfahrt. Ja, mit dem Peugeot River City. Ja, die erste Testfahrt. Gucken, ob er jetzt gut anspringt. Aber ich denk mal schon, das ist ja Peugeot. Wunderbar. Übelste Kaltstart. Ja. Läuft richtig geil. Ja. Perfekt. Richtig gut. Das Licht habe ich auch noch eingestellt. Da unten bei der Schraube. Ja. Richtig geil. Ja. Dann sag ich mal. Dann sag ich mal. Dann. Ja. Bis zum nächsten Video. Haut rein Leute. Ciao. Junge Tray von Kull storms. Junge Tray. Junge Tray! Hut! Junge Tray. Junge Tray. Ich lacht! Junge Tray, hey... Junge Tray panels auf Gasfall. Junge Tray. Junge Tray, Åh Muratuc. Junge Tray, утio. Untertitelung des ZDF für funk, 2017